Guten Abend, Herr Gabriel. Guten Abend, grüß Sie. Sie haben jetzt mit vielen Parteimitgliedern mit der wirklichen Basis heute diskutiert und gesprochen. Und wenn man dazugehört hat, hat man gemerkt, da gibt es schon auch noch einigen Gegenwind. Also ein Selbstläufer wird das wohl nicht, diese Befragung, oder? Also dann müssen Sie hier eben nicht zugehört haben, wenn Sie diese Meinung haben. Hier gab es eine große Zustimmung zu dem, was wir machen, aber das hat man vielleicht in Mainz nicht hören können. Doch, ich habe da schon auch Mitglieder gehört, die gesagt haben, ich kann dem nicht zustimmen, weil zum Beispiel der Mindestlohn nicht schnell genug kommt. Sie haben sehr lange darum werben müssen, dass Ihre Parteimitglieder verstehen, dass es eigentlich keine Alternative gibt. Dass zum Beispiel eine Minderheitenregierung nicht in Frage kommt. Also wenn das alles so klar wäre, dann müssten Sie sich diese Mühe doch gar nicht geben, da jetzt um Überzeugung zu kämpfen. Also erstens finde ich es angemessen, dass man Mitgliedern sowas erklärt. Und zweitens, verstehen Sie, wenn die Gewerkschaften, wenn die IG Metall, wenn Verdi, wenn der DGB den SPD-Mitgliedern empfiehlt, sie sollen zustimmen, dann scheint das ja nicht ganz blöd zu sein, was wir machen. Und wenn der FDP-Vorsitzende, Herr Lindner, erklärt, der Koalitionsvertrag sei ein sozialdemokratisches Programm, dann scheinen wir ja nicht alles falsch gemacht zu haben. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Natürlich gibt es Fragen dazu, das ist doch logisch. Das wäre ja auch komisch, wenn es keine gäbe. Aber jedenfalls hier in Hessen, hier sind fast 1000 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten versammelt. Das war eine richtig fröhliche Veranstaltung. Und ich finde, das ist richtig gut, was wir machen. Das wird die SPD zusammenführen. Wir haben inzwischen 2500 Neueintritte, weil die Leute merken, bei uns kann man bei der Politik nicht nur mitdiskutieren, sondern mitbestimmen. Ich finde, das ist eine tolle Stimmung in der SPD. Stichwort in der Politik mitbestimmen, eine solche Mitgliederbefragung nach Koalitionsverhandlungen, das ist ja ein Novum, das hat es noch nicht gegeben. Und es gibt durchaus verfassungsrechtliche Bedenken dagegen, ob sich das eigentlich mit unserer parlamentarischen, repräsentativen Demokratie verträgt. Haben Sie, als Sie sich für diese Basisentscheidung entschieden haben, sich solche Gedanken, solche auch verfassungsrechtlichen Gedanken eigentlich gemacht? Nee, weil es ja auch Blödsinn ist. In der Verfassung stehen die Parteien drin, sie sollen an der Willensbildung des deutschen Volkes teilnehmen. Es gibt ein Parteiengesetz, das uns zur innerparteilichen Demokratie verpflichtet. Das Parteiengesetz lässt uns natürlich offen, wie wir das machen. Und wieso soll eigentlich direkte Demokratie in einer Partei verboten sein? Den Verfassungsrechtler, der sowas behauptet, den würde ich gerne mal kennenlernen. Nee, das behaupten die auch gar nicht, die Verfassungsrechtler. Sondern die weisen zum Beispiel, das ist ein Kritikpunkt, darauf hin, dass es in der Bundesrepublik Deutschland kein imperatives Mandat gibt. Dass die Abgeordneten laut Artikel 38 des Grundgesetzes frei sind in ihrer Entscheidung. Aber die SPD-Basis schreibt ihren Abgeordneten jetzt eigentlich vor, wie sie abzustimmen haben. Nee, das ist völlig falsch, was Sie sagen. Sie schreibt dem SPD-Parteivorstand vor, ob er einen Koalitionsvertrag am Ende mit der Union eingehen soll oder nicht. Die Abgeordneten sind sowieso frei in ihrem Mandat. Und ich meine, was ist daran eigentlich auszusetzen, dass man mal die Menschen, die in einer Partei Mitglied sind, fragt, ob sie die Dinge, die die Führung macht, gut finden. Ich sage Ihnen, es wird was ganz anderes passieren. Was die SPD jetzt macht, das wird nicht nur gut gehen, sondern es wird Schule machen. Menschen, die heute in die Politik gehen, einer Partei beitreten, die wollen doch nicht nur Beitrag zahlen, die wollen doch was zu sagen haben. Das ist doch kein Stimmvieh. Das ist ganz interessant, was Sie da sagen. Das heißt, wenn man in eine Partei eintritt, dann ist man sozusagen ein besserer Wähler, weil man nämlich noch ein zweites Mal abstimmen darf, als Nicht-Parteimitglieder. Es gibt 62 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland, nur 470.000 SPD-Parteimitglieder. Und die haben jetzt viel mehr Einfluss auf die Bundesregierung und auch auf diese Koalitionsverhandlungen als normale Nicht-Parteimitglieder. Ist das wirklich so ganz einwandfrei demokratisch und jeder, der das in Zweifel zieht, redet Blödsinn? Na gut, wenn wir das so machen wie bei der CDU, wo nur der Vorstand entscheidet, oder bei der CSU, wo nicht mal ein Parteitag stattfindet, dann entscheiden ja noch weniger Menschen über das Schicksal der deutschen Demokratie. Seien Sie mir nicht böse, Frau Slomka. Aber ich kann die Argumente nicht wirklich ernst nehmen. Die Wählerinnen und Wähler haben ein Parlament gewählt. Und in diesem Parlament müssen sich Mehrheiten bilden. Die Parteien sind durch Verfassung und durch das Parteiengesetz darauf verpflichtet, ihre Meinungsbildung in Parteien auf demokratischem Wege herbeizuführen. Und es ist keine bessere Demokratie in der Partei, wenn nur ein Vorstand entscheidet oder ein Parteitag, sondern natürlich ist es besser, wenn die Mitglieder einbezogen werden. Und es ist nicht so, dass die Wählerinnen und Wähler weniger Rechte haben. Wir haben ein Parlament gewählt und wie die Mehrheitsbildung da stattfindet, entscheidet sich an Inhalten und an dem Wählensbildungsprozess in den Parteien. Bei anderen Parteien, Frau Slomka, entscheiden kleine Gruppen, da entscheiden noch weniger Menschen über das Schicksal in ihrer Argumentation Deutschlands. Und bei uns tut das eben immerhin 470.000 Mitglieder. Ich weiß nicht, warum das schlecht sein soll. Herr Gabriel, ich dachte eigentlich, dass in Deutschland alles Staatsgewalt vom Volke ausgeht und dass das Wahlvolk entscheidet. Ja, aber was macht denn dann die CDU? Wer hat denn der Wähler nun entschieden? Er hat entschieden, Frau Merkel vertritt die stärkste Fraktion und die stärkste Partei, aber der Wähler hat nicht entschieden, dass sie die absolute Mehrheit hat. Und nun gibt es Koalitionsverhandlungen, um zu klären, mit wem wird eine Mehrheit gebildet. Und in der CDU entscheidet darüber auch nicht die Wähler, sondern der Parteivorstand der CDU und der Parteivorstand der CSU. Das sind viel weniger Menschen als bei der SPD. Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden. Also, Herr Gabriel, dieser Quatsch wird von sehr ernsthaften Verfassungsrechtlern diskutiert. Und dem kann man sich dann ja auch mal stellen. Aber lassen Sie doch uns über was anderes reden. Das mache ich doch gerade. Wenn Sie Ihre Partei... Ja, Sie sagen, das ist Quatsch. Das ist jetzt eine besondere Form der Argumentation. Aber wenn Sie Ihre Parteimitglieder so ernst nehmen... Ich habe versucht, Frau Slomka, es wird ja nicht besser, wenn wir uns gegenseitig... Wenn Sie Ihre Parteimitglieder so ernst nehmen. Es wird ja nicht besser, wenn wir uns gegenseitig so behandeln. Ich behandle Sie gar nicht schlecht. Ich stelle Ihnen Fragen. Die habe ich mir auch nicht ausgedacht. Ich nehme die Mitglieder der SPD ernst, weil ich der Vorsitzende der SPD bin. Und ich habe Ihnen argumentiert, warum ich das nicht für sehr tragfähig halte. Und ich kenne auch keinen Verfassungsrechtler, der sich dieser Debatte öffentlich stellt. Herr Professor, Degenhardt schon noch einige andere. Die stehen ja auch heute alle in den Zeitungen. Aber die interessante Frage ist doch, wenn Sie Ihre Parteimitglieder... Frau Slomka, das stimmt nicht, was Sie sagen. Doch. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie in Interviews mit Sozialdemokraten nichts anderes versuchen, als uns das Wort im Mund umzudringen. Herr Gabriere, Sie werden mir jetzt bitte nicht unterstellen. Die Kritik, die ich gerade genannt habe, steht in Zeitungen von Professoren, die darüber diskutieren und das ernst nehmen. Ist das eigentlich okay? Man muss das ja nicht so sehen, aber man kann darüber zumindest diskutieren. Nein, aber das wird bedeuten, dass offensichtlich, das habe ich ja gesagt, eine kleine Gruppe, ein Vorstand einer Partei, entscheiden darf. Und eine große Gruppe in einer Partei darf nicht entscheiden. Das ist eine komische Argumentation. Und deswegen finde ich die Quatsch. Und wir müssen in der Frage ja nicht einer Meinung sein. Nein, überhaupt nicht. Es geht ja auch nicht um meine Meinung. Ich trage ja auch Meinungen von anderen an Sie heran. Aber wenn Sie Ihre SPD-Mitglieder so ernst nehmen, warum dürfen die eigentlich nicht auch über den Ressortzuschnitt und die Köpfe der Ministerien entscheiden? Weil die SPD-Mitglieder, und zwar in ganz großer Zahl, uns darum gebeten haben, eine Sachentscheidung zu treffen und nicht über Personal. Ich respektiere, dass viele in den Medien sagen, wir wollen aber wissen, wer da was wird. Aber in diesem Fall wollen nun ausnahmsweise mal unsere Mitglieder in der Sache debattieren und nicht über Personal. Und das respektiere ich. Mir wäre übrigens beides recht gewesen, aber ich respektiere die Auffassung meiner Mitglieder. Herr Gabriere, danke für das Gespräch.